Hey und willkommen zur nächsten Folge von 5 Dingen Minecraft, die du noch nicht wusstest. Und heute gibt es mal wieder ein paar interessante Sachen. Unter dem letzten Video waren leider nicht so viele Kommentare, als habe ich das vorletzte Video genommen. Und da ist ordentlich was zusammengekommen und ihr solltet auf jeden Fall was dabei sein, was ihr so noch nicht wusstet. Ihr wisst Bescheid, das Format lebt ihr immer von euren Einsendungen. Das heißt, falls ihr gut in den Gewiss und wir es vielleicht auch wieder wöchentlich hinkriegen wollen, ein Video dazu zu machen, dann schreibt in Form eines Kommentars unter das Video drunter Dinge, die ihr seht, die gut sind. Bitte mit dem Daumen nach oben bewerten, wenn alles klappt, dann sind wir im nächsten Video dran. Ich würde sagen, wir fassen nicht allzu viel drumherum. Wir legen einfach los mit der ersten Sache. Let's go. Die erste Sache auf der Liste ist von rvve do you. Ein Fakt für dein nächstes Video. Wenn man Spark of Phoenix abonniert und die Glocke aktiviert, ist man automatisch besser in Minecraft. Ich habe den nicht bezahlt, der hat das wirklich drunter geschrieben. Ich muss eine Sache korrigieren, ein Like für den lieben YouTube-Algorithmus wäre noch wichtig, aber ansonsten hat alles abgearbeitet. Leute, würde mich freuen. Jetzt geht es aber richtig los. Jetzt aber wirklich. Die erste Sache ist von Cyborg. Man kann, wenn man an der World Border einen Block platziert, einen anderen Block mit einem Piston in den anderen reinglitschen, weil die World Border sie aufhält und so kann man auch verschiedene Slabs zusammen machen. Komplizierte Beschreibung, einfache Umsetzung, Leute folgendes. Wenn wir eine Slab haben, wie beispielsweise so ein Dark Prismarine Slab, kann ich auch vor die World Border setzen. Das ist ja relativ chill. Ich bin gerade bei 30 Millionen Blöcken. Zweifel kommt man da eher selten hin. Es ist halt mal irgendwie eine Welt und eine Map, wo die Kleine eingestellt ist. Aber ja, wenn ich jetzt hier hingehe und folgendes Mal mache. Ich mache jetzt hier mal eine Slab, die an der Oberseite ist und dann haben wir eine World Border eine, die an der Unterseite ist. Und der Witz ist jetzt halt, normalerweise passen die ja nicht aufeinander. Man kann sich aufeinander schieben. Wobei das eigentlich recht cool wäre in Minecraft. Wenn ich jetzt mit einem Pisten hingehe und sage, ey yo, schieb doch mal die Top Slab in die Bottom Slab rein, dann geht das einwandfrei. Und damit hat sich das erledigt. Wir haben hier ganz erfolgreich hingekriegt, die beiden Slabs zu fusionieren. Schaut es euch an. Das ist doch nicht schlecht. Das geht mit jedem beliebigen Slabs. Man kann jede beliebige Kombination erstellen. Und was auch interessant ist, natürlich, ich kann einfach Blöcke jetzt hier reinsetzen. Schaut euch das mal an. Also, ich muss jetzt hier gar nichts mehr machen. Die Slab ist jetzt irgendwie transparent geworden. Kann ich eigentlich auch hier draufsetzen? Direkt geht nicht. Aber ich kann einen Block halt reinsetzen. Ich kann sogar... Schaut... Okay, okay. Nee, nee, nee. Das Experiment, das geht gar nicht gut gerade. Jetzt haben wir ein kleines Problem hier. Ich habe einfach eine Slab in eine Slab reingesetzt. Die Frage ist, wie weit können wir das Spiel treiben? Weil ich will jetzt natürlich nicht, dass man Minecraft-Spiel abstürzt. Aber was macht, wenn ich noch hier... Okay, 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 das geht nicht rein. Aber pass auf, pass auf, pass auf. Wir treiben es weiter. Was ist, wenn ich jetzt hier reindrücke? Okay, das geht anscheinend nicht mehr. Hm, interesting. Okay, die Slab, die zählt natürlich dann. Also... Ich will gerade überlegen. Aber was, wenn wir das so machen? Okay, da ist auch das Limit. Also zwei Blöcke ist das Limit. Aber interessant. Ich glaube, wir hatten da schon mal in Richtung Sky-Tags und ein kleines bisschen. Aber ich habe es noch nie in einem Video von mir gezeigt. Und... Ja, cool. Weiter geht's. Die nächste auf der Liste ist von Hunter. Eisengolem spawnen häufiger bei Raids. Das heißt, wenn man einen Raid-Gegner vor dem Despawnen sichert, wird die Eisengolem besser. Das stimmt nicht ganz hundertprozentig. Hat aber die meisten Bewertungen und ein Video gehabt mit 201 Daumen nach oben. Und ich habe daraus einen anderen Fakt modifiziert. Also, die Sache ist, die Villager können Eisengolem spawnen, wenn sie geängstigt werden von Zombies. Das trifft allerdings nicht nur darauf zu, wenn die Villager von Zombies geängstigt werden. Sondern, jetzt kommt's, man kann dafür natürlich auch Illager nehmen, ne? Also, ich glaube, man hat das irgendwie aus dem Kopf so ein kleines bisschen verloren. Weil man... Ich kann doch hier dann jetzt einen... Also, ich bin die Cater dazu holen. Da denkt man halt einfach nicht dran. Ich mache hier mal so ein kleines... So einen kleinen Stall, in Anführungszeichen, mit Zäunen. Da packen wir einfach mal drei Villager rein. Und dann packen wir einen Vindicator dazu. Und die sind jetzt genauso geängstigt wie bei einem Zombie. Und früher oder später sollte dann den Golem spawnen. Ich weiß, manchmal mussten die nochmal pennen, damit das alles richtig funktioniert. Aber ich glaube, das ist jetzt schon Beweis genug, wenn ihr seht, dass die hier in Panik verfallen und rumrennen. Ähnlich wie sie es bei einem Zombie tun würden. Und vielleicht noch etwas Glück. Wenn wir jetzt kurz warten, sollte auch gleich noch einen Golem spawnen. Eigentlich müsste der Ensen kommen. Vielleicht hätte ich hier nochmal Betten reinlegen müssen und sowas in der Nacht schlafen müssen, damit das geht. Ihr kennt das übliche Problem bei den Eisenfarmen. Aber ja, die haben genauso Schiss vor dem wie vor einem Zombie. Und deswegen sollte es auch für eine Eisenfarme gehen. Dann die nächste nach der Liste ist von der Heilige Otter. Wenn man mit einem Riptide Trident in der Offhand und einem Fire Aspect Schwert in der Mainhand Fische tötet, also gegen die man halt springt, daran dreht, dann werden die auch gebraten gedroppt. Und ich habe da ein paar Experimente gemacht. Einerseits mal Riptide Trident und Fire Aspect Schwert. Auch einmal getauscht. Und sehr, sehr interessant. Wir tauchen mal ganz kurz runter. Man kann sich im Wasser ebenfalls katapultieren, wenn man einen Riptide Trident in der Offhand hat. Das ist übrigens auch ziemlich interessant. Du kannst einfach drehen und schlagen. Sieht irgendwie sehr weird aus. Man schlägt dann ganz, ganz weird. Man schaut mal an dem Schwert. Man nimmt dann so von oben nach unten. Vielleicht auch nochmal so ein lustiger Fakt. Ich habe noch nie hier einen, äh, oder hier so. Ich habe noch nie einen Dreizeit in der Offhand gehabt. Aber andersrum geht es nicht. Wenn ich andersrum jetzt hier hingehe, Fire Aspect Schwert in der Offhand mache. Ups, und den versuche ich zu killen. Dann droppt ein normaler Lachs wie wir sehen können. Ich habe zwei in der Hotbar. Jetzt kommt der dritte dazu. Wenn ich den Riptide Trident in die Offhand mache, Fire Aspect in die Mainhand. Und jetzt praktisch hier einmal dagegen fahre. Seht ihr? Droppt hier ein gebratener Lachs von zwei auf drei. Gingst in der Hotbar hoch. Ja, man kann also das Fire Aspect Enchantment von der Hand auf den Dreizeit übertragen. Es geht aber auch noch um vielen anderen Dingen. Ich glaube, du kannst, wenn du ein Looting Schwert in der Hand hältst, einen Bogen in die Offhand packst, dann ist das ebenfalls möglich, dass du, wenn du mit dem Bogen schießt, das Looting Enchantment auf praktisch den Bogen überträgst. Dann kannst du dann im Fernkampf irgendwie, weiß ich nicht, einen Mob töten und dann droppt es halt, wie als wenn du es im Nahkampf mit dem Looting-Schwert getötet hast. Kann sehr, sehr praktisch sein. Funktioniert, weil die Mainhand immer irgendwie die bei der Enchantment-Verrechnung Priorität hat. Auch wenn du im Offhand was ausführst, die Mainhand-Enchantments werden berücksichtigt. Nicht sicher, ob das ein Bug ist. Eigentlich ist es ein Bug, aber der ist schon sehr, sehr lang im Game. Ich weiß nicht, ob der jemals gefixt wird. Dann die nächste auf der Liste von Blue-Green. Wenn man in Spectator-Mode und in einen Mob reinschaut, zum Beispiel in Enderman hat man ja die negative Sicht, benutzt man dann den Kill-Command, respawnt man aber mit der Sicht, auch wenn man mit Game-Mode den Spielmodus wechselt, bleibt die gleiche Sicht bestehen. Gedester 1, 18, 1, Java. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon mal vor kurzem gezeigt habe. Vielleicht in einem anderen Zusammenhang. Aber ich packe es jetzt einfach nochmal hier rein. Ich habe gerade so ein Déjà-vu, nicht Déjà-vu. Wir holen uns einfach mal einen Enderman. Dann gehe ich in den Spectator-Mode. Und ihr wisst Bescheid, man kriegt hier drin die negative Sicht. Ist nichts Neues, haben wir schon vorher gezeigt. Wenn ich jetzt hier hingehe und mich töte, slash Kill mache, dann bin ich jetzt hier als Spectator-Mode, natürlich klar. Ich bin auch im Game-Mode jetzt. Und dann kann ich jetzt hier rumlaufen. Weil normalerweise fährst du ja als blinder Passagier in den Mob mit. Du kannst jetzt einfach hier wild, ganz normal im Creative-Mode, so einfach mal drumeiern. Das ist übrigens noch das Teil. Wer das nicht gesehen hat hier mit den extrem langen Pistons, dann müsst ihr euch mal angucken. Redstone-Blocks, die in der negative Sicht ein bisschen aus wie ein Diablo-Block. Interessant. Aber ja, ich kann jetzt hier wild durch die Gegend wandern, Stuff machen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon mal hatte. Irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mal irgendwie so eine Creeper-Sicht. Ich fand es jedenfalls cool. Hätte sie nochmal reingepackt und könnt ihr gerne mit normalen Experiment damit. Was mir aufgefallen ist, wenn ich das Spiel neu lade, ist natürlich klar, die Sicht ist weg. Und die Sicht wird auch wieder normal, wenn ich einmal f5 drücke. Dann bin ich ebenfalls wieder auf normal und habe alles wieder so, wie es sein soll. Und das ist auch gut so. Und die nächste noch auf der Liste. Von Verschrieben. Ich weiß nicht, ob dieser Fakt schon erwähnt wurde, aber wenn man Copperblöcke im 2x2-Crafting-Feld zusammenfügt, erhält man aus 4 Copperblöcken 4 Cut-Copperblöcke. Wenn man das im Grindstone aber macht, bekommt man aus einem einzigen Copperblock 4 Cut-Copperblöcke. Das ist irgendwie eine Kleinigkeit, die man vielleicht manchmal auch irgendwie übersieht oder vergisst oder Ähnliches. Wir haben ja immer so Kupferprobleme. Meistens auch so, dass der Stonecutter sowieso effektiver ist. Besonders, wenn ihr Stairs macht. Da könnt ihr praktisch, wenn ihr normalerweise Stairs craftet, habt ihr wahrscheinlich 6 Blöcke und kriegt da 4 Stairs raus im Crafting-Fenster. Ist ja klar. Wenn ihr es im Grindstone macht, ist die Umwandlung 1 zu 1. Also können wir ganz kurz hingehen. Einmal testen. Ich mache mal den Polished. Das war nur ein kleines Beispiel. Du kannst hier 1 zu 1 umwandeln. Deswegen nehme ich auch eigentlich immer den Stonecutter. Im Crafting-Feld gehen wir hier hin. Das sind 6 Steine. Wir kriegen 4 raus. Das ist so ein Verlust von 1,5. Du brauchst 1,5 mal so viel, wenn du so ein Crafting-Table machst. Was ich aber ziemlich krass fand, auch bei Copper, selbst wenn es jetzt nicht ein Ding ist, das nicht gewusst ist, es lohnt sich auf jeden Fall, die in diesem Format zu zeigen. Weil das ist sehr, sehr nützlich. Wir haben immer so viele Kupferprobleme fürs Bauen und Ähnlichem. Wenn man Cut-Copper nimmt, sieht es ein bisschen anders aus. So. Wir nehmen einmal hier einen Block und wir nehmen einmal hier 4 Blöcke. Den Rest kann ich mal kurz rausschmeißen. Im Crafting-Table mache ich diesen 4 Blöcken, 4 Cut-Copper-Blöcke. 1,1 umgegangen. Zack. Fertig. In dem Steinsäge gehen wir rein und machen, klicken hier drauf. Wir kriegen hier schon 4 raus. Es lohnt sich also, die Kupferdächer in Cut-Copper zu bauen oder generell Sachen aus Kupfer in Cut-Copper zu bauen. Das ist einfach 3 mal, nee Quatsch, 4 mal so viel. Das ist einfach 4 mal so teuer, wenn du es im Crafting-Table machst, wie hier. Weil du kriegst 4 mal so viel raus, wenn du es im Stone-Copper machst. Das habe ich nicht im Kopf gehabt. Ich habe mit den Blöcken weitestgehend normal gebaut, weil sie vielleicht auch eine schönere Textur ist. Aber ich glaube, demnächst, wenn ich einen Kupfer baue, werde ich die immer zu Cut-Copper machen. Sieht vielleicht ein bisschen anders aus, ist aber trotzdem noch Kupfer. Ist eigentlich trotzdem noch okay. Da muss man nicht so ultra, ultra, ultra viel farmen. Und ihr habt ganz gute Ideen für eure Kupferkreation ab sofort. Läuft doch. Damit weitere Videos dieser Art kommen, gerne Ideen in die Kommentare schreiben und wir sehen uns im nächsten Video. Gerne liken lassen, abonnieren, das Übliche. Bis dann. Ciao, ciao.